Endlich wieder STG Oh, das war ne Tür, ich dachte man muss es kaputt schlagen Oh, mein Molotov hat wirklich für ein Assist gesorgt Ich gehe kaputt Ist mal im Finisher Move gegeben Wenn ihr dahin im Spawn kämmt, einmal haben wir die ganze Map gelaufenen von denen weggemacht Oh, die spawnen schon wieder unter mir Das, nee, Leute, ich brauche Hilfe Ich komme, ich komme, ich komme Die spawnen alle wieder bei mir Das ist eine Katastrophe für mich Ach, du bist da hinten Ja, ich bin noch bei unserem Spawn Äh, ja, das ist aber nicht viel zu weit weg Ähm, hat man einfach Anti Dingens Protection Hitmarker Protection oder Ich bin wieder gegen einen Gegner oder was? Nee, aber die sind alle unter mir gespawnt Guck, die spawnen einfach unter mir Hä? Was geht ihr keinen? Ja, ich kill ihr dann Wenn die rauslaufen Das Problem ist, die sind halt so blöd Dann guckt mich einmal zu mir Also ist das Problem für euch Hier, ich zwiebel dir mal so eine Box hier hin Aber das ist super Ah, da unten? Ja, ist nicht schlimm Ach, du bist da oben? Wie kommen wir da hoch? Komm mit Das ist der beste Platz im Spiel Da war ich noch nie, ey War doch vor uns ein Gegner? Ja So, dann hier auf den Stein Hier rüber springen Und dann hier rüber Alter, geil! Und dann kämpfst du hier Wie cool ist das denn? Ja, das war eigentlich mal mein Place to be für Versuch'n und Verstecken Ja, der ist dann damit weg Ja, das weiß ich leider auch Aber hey Ist der ultra nice? Natürlich, der ist brutal gut Ich habe auch heute wieder eine Kiste Die werbe ich dann mal oben Alles gut, ich habe Genug Aber für Nails und so Ist auch mal ganz geil Ich habe einen Mollotor von Ace Alter, der ist so one shot Hab beide Oh, durch die Wand Doppelkill Es waren sogar zwei Ich habe sogar doppelassist bekommen Ich habe nur zwei Schüsse reingegeben Oh, ist wieder einer? Ja, ich kümmere mich gerade um den Links Ja, ich schnappe ihn jetzt weg Okay Hier oben liegt jetzt noch mal eine Kiste Äh, was war das? Ach, mein Bomber Nice Habe ich eine Bomber aktiviert? Ja, so Touchcrass Was ist mit ihm? Boah, hier oben snipen geht er wahrscheinlich auch Ja, natürlich Das ist der beste Spot im ganzen Game Das ist noch besser als das Schiff Das Problem ist nur, wenn die Gegend kontern Links einer durch? Was, links? Ja Hier ganz links, da kommt gleich einer Ah man, hättest mir einen Schuss gelassen können Was hast du für eine String und wie viel brauchst du noch? Äh, drei für Hunde Okay Ich brauche noch sechs für Hunde Jetzt klaut er mir einfach mal den Platz und meine Kills Ich geglauben will Ja, ich geh wieder weg Ich hab einen Hit Ich hab zwei Hits Dann kill ihn doch Okay, einen hab ich Nice Oh mein Gott, die ist unter mir gespawnt Oh ja, 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 ich komm, ich komm, ich komm wieder Scheiße, ich bin runtergefallen, gesprungen Nice Hab Hunde Perfekt, dann hole ich jetzt in meiner Ordnung hoffentlich Ich muss mal gucken, ob ich es nochmal hoch schaffe Weil jetzt ist hier gerade viel Betrieb Oh, jetzt geht es hier hinter uns ab, Tim Ja, ja, ich bin aber oben erstmal, da bin ich relativ sicher Ich hab jetzt mal einen Bomber Hab zwei unter uns Nein, ich sterbe, weil er drei Schlüsse schnuckt, der Hund Gut, einer war durch die Wand Naja, wenn keine Hunde Nein, 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 nein oder sowas hin. Ja ich bin gleich dabei. Wobei ist eh gleich vorbei. Oh perfekt. Danke Jungs 29-0.